Ok Google. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Bitte ist er draus. Moment. Ok Google! Nein, du! Deine Mutter! Ich sehe immer deine Mutter und sie sitzt bei mir hinten im Auto. Und wegen dem habe ich jeden Abend Übergewicht. So, ich bin jetzt gerade am herausfinden, wie das funktioniert, das Teil. Das ist gar nicht so einfach. Irgendwie muss man das wohl hier aufdrehen. Ah, jetzt, jetzt. So. Ich muss sagen, ich sehe voll gut, wie es nicht wahr ist. So, jetzt kann man nämlich zuschauen und ich muss etwas machen. Ok. Ja, das nimmt ihn auf. Du bist so dumm! Ja, was? Jetzt mach dir eure Türen auf! Soll ich eins drauf? Alter, jetzt mach dir die Türen auf! Ja, sonst muss ich mit einem Ding ins Licht, oder? Jetzt, 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 jetzt! Jetzt, jetzt, jetzt! So! Jetzt, jetzt. Jetzt kann man nämlich so. Ja, du mit dem, wenn wir ins Zimmer reinkommen. Es wird alles aufgenommen. Egal, was du mir willst, es kommt vor Gericht. Jetzt! Alter, jetzt mach die Türen auf! Nein, ist fette Mutter! Wenn ich hier drücke, dann geht's ab. Du gehst hinab. Es geht hinab. Party! Das lassen wir so liegen. Hör auf. Joana! Oh nein, jetzt nicht. Was? Sehr gut. Komm jetzt, der weg ist. Das Leid will, dass ich sie sehen. Der ist auch sonst immer so an Partys eben. Und trinkt seine Cola. Jetzt gib mir die Brille, die hast du nicht gesehen. Hör auf meinen Kindergarten. Schau jetzt, schon wieder am Drogen nehmen ist er. Freust du schon? Du freust dich schon am Morgen? Am Morgen ist er 25. Was ist denn? Das sehen wir nicht. Nein, schau, es war noch nicht genug. Warte jetzt, warte jetzt. Ich habe hier ja meine Geschmäus-Kisten. Ich habe kein Hemdchen mehr. Gib mir schnell. Nein. Gib mir schnell. Du kannst das gar nicht. Du musst dort nicht dran ziehen. Du musst dort nicht dran ziehen. Nein! Du musst dort nicht dran ziehen. Ach so. Du bist so dumm. Nicht gegen mich. Du siehst ja dann nicht. Bist du dumm? Das ist kaputt. Nein, steht auf. Wir dürfen nicht gegen Menschen. Du musst dran drehen. Das funktioniert nicht. Ah, ist einfach zu dumm. Bist du zu dumm? Du musst hier unten dran drehen. Ich glaube nicht. Nicht in meinem Zimmer. Moment mal. Ja, jetzt läuft das einfach aus. Du bist ja unten drin. Ah, du bist so dumm. Was? Schau jetzt. Da checkt dich. Wie lange muss es oder nein? Eigentlich nicht so lange. Bumm! Da ist auch in die richtige Richtung. Woher? Da hätte mir das größere besser gefallen. Du weisst, es ist auch nicht Silvester. Ein paar Tage zu mir. Also morgen wird das Häufel fertig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt.